Hallo und herzlich willkommen zurück im Paradies von Subsistence und man hört die Nachbarn schon wieder fischen. Ist das nicht schön? Ich möchte eben im Fischbereich nur Garnigkeit abändern. Und ich habe gesehen, dass wir ja eben Zwengplatten haben. Ich bin schon am Nachmachen. Zum Glück haben wir die Materialien. Und ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze mal draußen an. Zuerst habe ich mir Gedanken gemacht über die BCUs, die ich da draußen gesetzt habe. Aber ich denke, die können auch in der Lufthänger bleiben und sie ist. Aber schauen wir uns das Ganze mal an, bekommen wir da jetzt großartig. Wo ist denn der Lümmel sogar mal? Oh, der ist gerade noch da, oder? Okay, bis auf den Hosen ist nichts da, der dürfte mit dem Fischchen fertig geworden sein. Da? Ah, interessiert ihn gar nicht. Da sieht's am Skier, das heißt, hey. Okay. Ah, warum bin ich beim letzten Mal hängen geblieben, das verstehe ich nicht. Aber das ist mir jetzt auch egal. Hey, wir haben so viel Materialien herst, hey. So, ich hör's schon. Gut, dass die Olle nicht schießen können, da sie kennen. Ja, du schießt. Au! Warum ist es mir jetzt hart? Naja, und dass ich das Ding zwar mal auch hart, wenn ich ehrlich bin. Wohin denn ich hin? Hey, hallo! Echt jetzt? Ist das vielleicht ungut? Ah, eckerlich ist sowas. Wirklich. Wir haben nur Superspeed. Was ist denn da los mit den Hunters? Gibt's das auch? Also irgendwie habe ich so das Gefühl, als würden die ein wenig durchdrehen. Das ist mir nicht ganz koscher jetzt. A. Haben wir alle Angriffe eigentlich hinter uns? B. Habe ich die sporadischen Angriffe belassen? Oder ist das einfach nur, weil die da so neu sind? Die kämpfen ja da wirklich viel neu an der Bies. Und das ist ja neu, weil ja überall Biesen verteilt in meinen ganzen Dings. Und da sind die. Na gut. Wir können uns nicht ändern, also scheiß drauf. Aber Ruhe hat man auch nicht wirklich. Verständig. 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 Und da geht. naa fuhr ich wieder ins wasser rein also da gibt es ja dann wieder keine treppen das ist uns wurscht dann mache ich es ja ich bin da echt noch stark überlegen wie ich da jetzt tue ich hab's auch was vorgehabt aber irgendwie kommt das ganze ein wenig zu scheitern weil wahrscheinlich dinge es geht gar nicht aber probieren wir es jetzt einfach wenn es nicht geht geht es nicht dann ja dann haben wir ein wenig Beschäftigung gehabt ich zumindest ist ja so passt natürlich nicht wie soll es anders sein dann tschüss damit da haben wir was her das was auch dockt und zwar eine Decke ist das ein Dicken rund zwei mal ich meine das hoffentlich nicht wie glaub ich ja weil das sind Fundamente und ein Fundament dockt einander ein Dicken nicht ein das tut es nicht da stehen wir den Quagel so fischen werden wir erst nachher glaube ich mal ne so da siehst und jetzt wenn man schaut das dockt das auch super ne die zweite ist in Arbeit da geht es ja heute richtig was los hörst he was sagt sie es dazu das war das wärmende Lagerfeuer eigentlich echt jetzt was hab ich da 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 kriege ich echt alle Zustände ich muss die dort ausradieren weil sonst hab ich ewig keine Ruhe nicht he die Hund können schießen he so bleib stehen so hö das war aber jetzt eher ein Glückstreffer das war aber jetzt eher ein Glückstreffer oder was du bist meine gute Nacht lass dir eck den Leid im Stich wer bist du denn gewesen so das war jetzt das mit den Vorhallen das ist jetzt drin nur zufällig gegangen sechst was tut er denn in seinen Rausch so aber ich glaube jetzt haben wir dafür eine Ruhe dass wir die Spacken da 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 gar gemacht haben in der Lagerfeuer hat alles nimmern Bären naja dann dürfen wir ständig im Bärenheim dran so ach so genau wir haben wir nur an der ist ja so komisch versunken in der Ernte oder nur der Kuhfasser geschaut da ist er eh noch da ist er eh noch das schaut einmal gut aus Screenshot machen erlösen wir ihn oder na interessiert ihn nicht da rennt noch einer da ist er hat der eck noch einen Treffer gelandt Herst ich gues den das auch ok so da die Herrschaften sind momentan beseitigt schauen wir mal wie lange der so hält so der Verband einmal ganz wichtig und die sind Adrenalinkits also warum das ich mir die gemacht habe weiß ich nicht ich habe die bis heute nicht gebraucht schauen wir mal schnell was wir für die Erste Hilfe Kits brauchen das war eh klar weiß ich nicht machen wir uns 20 oder sind immer sehr praktisch zumindest auf alle Fälle wie sie die sagen ja ob wir auch verhöfen sind ah man durchzuhalten ne so gehts nochmal im Blick so so lassen wir runter was runter geht also nicht die 20 ja ok warum das ich das witte jetzt nicht da tun wir halbieren und dann das gleich rumliegen wir wollen ja noch bauen so das tun wir gleich runter das gehört runter das ist ja egal wie ich das weiß man hat immer 4,5 das ist meiner Meinung nach schon sehr viel alles dann geht das ganze ein bisschen schneller als wie ok machen wir es doch so weil da haben wir das auch noch Strom Strom haben wir ja wie immer genug wenn so schätert dann schätert es nur an der Masse aber ich denk mal wir haben so viel Material in da kann ich locker hergehen und sagen ok jetzt haue ich mal ein paar die 44 schau mal wie viel Masse das aus da geht 88 naja also das ist wenig mit den Nägel ja da krieg ich ja bei Schrauben auch bei Metallschrott bei 200 schonmal mehr naja gut ja die sind natürlich sehr gut diese kleine ok interessiert uns jetzt die ja gar nicht so wenig hat damit dabei lassen wir die jetzt auch da also nein in dem Fall nicht wir müssen ja aufwerten können und ich habe ja vor ein wenig etwas mit Glas einzu machen dass wir das Glas wenden so halb halb das hat mich aber schon getan ich meine es ist eh genug da aber so viel verlange ich gute Nacht und ich probiere das mit einer dann kann man die B ist noch alles ersetzen noch alles und alles brauche ich mal zwei und muss schauen ob das überhaupt funktioniert bevor ich dann die anderen weggehe weil sie sollten mir ja in Strom weiterleiten dann ist das dann auch noch wenn ich das auswechsel so weiß ich nicht dann ist das ganz schön echt nicht mich nicht Ja, komm mal los, weil es dockt ja nicht an, dass es klumpert, gell. Da hätte ich lauter Fundamente setzen sollen, müssen, dass es auch dockt, hart wird. Ich hoffe, das macht euch auch ein bisschen Spaß, mir beim Bauen zu sehen. Für Kommentare, Anregungen oder vielleicht Ideen. Bin ich offen, hab immer offenes Ohr und ein gutes Herz eigentlich, außer, also irgendwie hab ich das Gefühl, ja, es ist auch so, dass das nicht ganz gerade ist. Nein, aber schreibt's mir's rein, Änderungen, Vorschläge, Verbesserungen, Besserschlimmungen oder wie noch sagt man dazu, wenn's nicht besser wird, sondern schlimmer, verschlimmbessert. Und man kann mich natürlich auch besuchen auf dem Server, äh, also so ist's nicht. Wenn einer Interesse hat, dort teilzunehmen, Hm, kann auch gern mit mir online gehen oder so, ne? Äh, sag ich mal, bin ich nicht abgeneckt. So, als Gast oder so, keine Ahnung. So, da, das ist jetzt natürlich etwas deppert, irgendwas ist super, meinst, weil ich auch die Treppe da hinter mir hab. So, hundertprozentig krieg' ich's nicht hin, aber... Es ist schon annehmbarer, Dengemann. Hä, so. Bevor ich das zerstör, seht ihr's mit den Blasen? Was ich mein, man sieht überall die, dessen Blasen. Wir sind da ein einer Blasen herinnen. Aber, wenn ich die jetzt hersetzen tue, ja, tue ich die andere mitspeisen. Das passt. Genau das wollte ich, um das ist es mir gegangen. Und da, das ist hoffentlich dasselbe sein. Ja. Ja. Geht sich super aus. Es bleibt eh in der Luft hängen, aber es schaut wie geschissen aus. Jetzt wird's noch acht Tage, weil... So, jetzt zuck ich genau rein und... Ja, passt, man kann auf fahren, da auch. Und um genau dies geht's. So, da. Ich kann... Okay, und genau um dies geht's. Ich will nämlich... Was will ich haben? Ich will schon einen Schutz haben. Dann wird ich mich zerstören. Wisst's was? Ich lasse es jetzt einmal so offen. So weit einmal. Und vielleicht kommen ja Ideen. Das hat mich echt gefreut. Was soll's werden? Ist so ein schöner Fischerplatz werden. Ein gemütlicher. Wo man sich auch... Wie soll ich sagen, gefreut haben, an den Ort kommt. Also... Was mich halt stört, ist auch meine Brücken da oben. Das muss anders gelöst werden. Es schaut einfach schierig aus. Meiner Meinung nach. Beziehungsweise... Ich kann nicht hergehen und... ...mei Angel ordentlich auswerfen. Weil... Ich verliere meine Köder oben da drinnen. Und... Da augt mir überhaupt nicht. Und vielleicht fällt euch was... ...brauchbares ein. Und... Würde jetzt mal das schreiben. Wie man den Ort... ...oder vielleicht... ...so ändert, dass er auch schön ist. Und auch wirklich auch seinen Nutzen bringt alles. Jetzt lasse ich aber die Besen... ...doch noch stehen. Weil letztendlich... ...was... ...wollens da. Sie können mir so... ...küche noch eins holen. So, da probieren wir es mal. Glas halb. Ich hab die ersten Fragmente mit. Eine ruhige Nacht ist. Sehr nice. Also führe ich mal auf jeden Fall... ...damit ich mein typisches Eck wieder hab. Wobei... ...ja gemerkt hab... ...da dann natürlich... ...eine Treppen... ...Passage... ...Wikator kann. Äh... ...Post. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Sehr gut. Dann mal wieder mischen. Bärenwasser. Sehr gut. Oh, ich sehe ich an Mariener. Ja, da... ...da sieht man es eh schon. Wenn es baden wird, dann... ...dann vergisst das Essen... ...auf alles. Ja, jetzt bin ich eh schon in der Kuchel. Was holen wir denn die Riegel? Nein, eh. Gut Zupferl dazu. Und da noch mich oben geknippelt. Bleiband. Bleiband. Passt. Moment. Ist ich auch da da? Achso, das ist... ...der Lebenswolken von meiner Spielgefährten. ...Schaut, die heißen mich schon zähne. Die... Weißt du, wenn ich mir den übersiege, ich weiß nicht, die heißen mich schon neine. Und die waren aber mindestens drei Jahre auseinander. Schauen wir mal, was da noch rausgeht. Okay, man kann nur noch töten. Somit hat noch das Premium-Fleisch. Sehr gut. Die Nacht taugt mir, muss ich sagen. Weil da rennt er auf, mein er bisschen flüssig. Das er freut ist. Da sind wir gespannt. Ob dies was bringt. Oder ob dies auch wieder nur ein Griff ins Klo war. So. Ja, die Hand da haben wir eh gesehen. Ein und auf. Aber, ja. Das Ergebnis ist nicht so gewünscht, wie ich mir das vorgestellt hab. Ich meine, okay, ich hab noch gar die offen lassen. Aber... Sie nehmen keine Notiz, nicht. Da gehört nur ein wenig nachbessert, seitens vom Programmieren her. Weil, wenn ich mir denke, es auch so lange heißen, dass die Hunter Begehungen machen, quasi. Ja, und die... Wir haben schon mal einen Hunter in den Hof gehabt. Da war, wie gesagt, am östlichen Eingang ist die einer gehuscht. Hey, unsere süßen Nachbarn sind wieder da. Na Leute, da kommt der Freude auf. Gute Nacht. Na, ich bin nicht so eingezügt von denen. Nein. Nein. Tönen wir das jetzt da aufstellen und probieren wir, ob das jetzt auch funktioniert. So. Ich muss da her, da. Na, ich bin nicht so eingezügt. Der Tom passt. Nein, das wollte ich nicht. Wir werden es jetzt gleich sehen, in dem, dass ich hergehe und das Licht einschalte. Ich mache am besten gleich, weil dann ist der Schaden noch gering, zum Glück habe ich da ein Schalter. Ja, ja, es hackt, da fällt viel, aber es funktioniert, probieren wir die andere Seite gleich, jetzt ist mir da natürlich das Licht aufgegangen, na gut, bringt ja nicht recht viel. Wir setzen die Sattelnsäcke her. Wenn es BUM BIIIIIIIT macht, na so endlich hole ich die, was ich lasse das jetzt nicht treffen, aber dann habt ihr es auch so gehört gemacht. Es muss lautlos passieren. So wie es jetzt, also eben die laute Waren, wir ihr es auch gebracht habt, dann hat es eine Verbindung zu einer anderen BIS, zu den anderen oder zu einer anderen, äh, ja, passt, weil sonst würden da die Lichtergruppe gar nicht mehr funktionieren und schaut, der Hunter geht auch spazieren. Und ich möchte Angeln probieren. Schau, Lagerfer haben wir auch. Mal schauen, ob ich dort, äh, äh. Hä, den kann ich eh fangen, den Küher? Denkste Denkste, oder? Na Na, komm Ah, die Sehnste was gewesen Ja, ich weiß auch nicht Bin ich ein öffentliches Freibot, oder was? Ja, auf das habe ich ja gewartet Jetzt kommen wieder alle und wieder dieselben Und warum? Das wird mir auch keiner sagen können, warum das so ist, weh? So, daneben schießen, echt? Das habe ich auch schon lange nicht mehr da Man, was wird das? Na, ich lasse das, weh Das hat keinen Sinn, net Diss Dieser Kindergarten Zack, dort, ja Da Und dann zeitwässert man sich das glaube ich gar nicht im video, zumindest wenn die videos gar nicht und niemals gesehen, dass das irgendwie so richtig ruckelt aber das tut es so zeitweise, dass man gar nicht richtig zählen kann oder bis du gezielt hast, dass der dann schon wieder auf einer anderen position ist ich hoffe, dass ich bald zu einem neuen Mainboard komme so, ich sammle den Quagel noch soweit einmal zum bauen, gell? zu dem kommen wir nämlich überhaupt nicht die Lichter, die Hunde hauen sie mir auch zusammen ja logisch, im zuge des Molokov Cocktails oder was da halt anwenden, gell? so, ich stehebbar, da geht es uns und der für die Gute Nacht Ich mein... Da stirbe ich ja. Na, das... glaubt nicht. Zack, da stirbe ich ja. Na... Alter Falter, ja hallo! Ist da jetzt alles gekommen, was auf der Rekord numeinander rennt? Und wir sind noch immer nicht fertig. Echt jetzt? Da wird's doch nur nebeneinander, da ist er ja. Fuck, echt. So, dann, jetzt sind wir voll. Ich hab nix da, was ich rausnehmen kann. Lass mir das dabei liegen, es bringt sowieso nix, eh. Und gehen wir rein einmal und... Hm. Dann doch noch, sag. So. So. Wo ist die Hasche? Schau das an, sogar im Stein steckt der Premium-Zeil, gell? So, das waren die Sachen. So. Ja. Haben wir wen übersehen? Ja, da ist noch einer. Puh, schon wieder leer. Voll, meine. Hehehe. 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 Ja, dann haut er rein den Quagel erstes. So. Aber jetzt haben wir's. Denken wir's ja. Kann ich nicht mehr aufnehmen. So. Wir sperren jetzt zu die Hintentour. Ich mein... Wir müssen leider alles allein gelassen. Bringt alles nix, eh. Zug gemacht. Was sagt der Strom? Steht gut da. So. So. Und wir haben unsere Zeit auch schon wieder erreicht. Ah. So, wie den du jetzt eckertzt. Ne, wer jetzt hier am Video singt. So. Okay, das war's auch schon wieder. So. Der andere ist ja, der geht ins Lager fährt. Ich glaub, den hab ich ins Lager fährt. Ich glaub, den hab ich ins Lager fährt, nicht auch. Ja, genau. Da sind eh schon so viel drin. So. Jetzt sind wir wieder, gell. Unser Vorhaben hat wieder nicht so getan, wie wir wollen haben. So. Ich würd' mal sagen... Metallschrott brauch ich da oder weniger. Na, das ist auch schon wieder das Recht. Machen wir's wieder so. So, das gehört auch da nicht her. Den kann man da her tun. Ah. Wird eh schon wieder einer gefressen. Gut is. Sind wir heut ziemlich am Arsch gegangen, muss ich ehrlich sagen. So. Ja. Das hat ja heut schon wie Krieg ausgeschaut, oder? Das hat echt schon wie Krieg ausgeschaut. Schon glaubt mir am Krieg. So. Aber zum Glück nicht. Aber bitte, woher sind die alle gekommen? Und warum sind die alle zu mir gekommen? Das weiß ich nicht. Das ist mir momentan noch völlig unklar. So. Platten müssen wir noch machen. So. 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 Dann in der nächsten Folge würde ich sagen, oder? Und jetzt weiß ich auch warum das man so hat raus ist. War jeder. Wir haben Juli und ich wie über eine Heizkörper reinhersteherst. Das war man weiß nicht wo. In Sibirien. Obwohl alle anderen sind schon gut trat. Jetzt haben wir eine angenehme 24 Grad. das heißt, es ist an und zu warm, meineswieens um die 15, 20 Grad, ist ein Grad am liebsten, sag ich mal. Ja, man kriegt einen Schiauzack, da passiert dann nichts mehr. So, es ist überall die Klimaanlage an und es zählt oben auch. Ja, darum habe ich es auch noch unten platziert, weil er rechnet das mit aufer. Ist voll okay, siehst du das? Na, hier außen oder da nicht? Na ja, wird schon gerechnet, weil er so, er weiß schon, dass wir da außen sind. Gut. Wir haben aufgerechnet, das Solarpinell tun wir dann gemeinsam in der nächsten Folge. Äh, setzen, apropos setzen, ich setze mich mal nieder und verabschiede mich von euch, geil. Lasst mir einen Kommentar, da habe ich gesagt, ich würde mich gefreiten, wenn es mir ein paar Vorschläge oder gute Ideen gebracht hat, was man verändern könnte, draußen, sowie auch hier drinnen, generell im Hof, und, und, und. Also, über jedes Kommentar hat ich mich gefreit und über jeden Like natürlich auch und ich wünsche euch eine gute Nacht, weil bei mir ist es genau 23.26 Uhr und, ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.